Hi, mein Name ist Hendrik Jalebski und heute sprechen wir über das Thema Holdinggesellschaften. Wenn du ein Unternehmer bist oder eine Unternehmerin und du fährst schon sechsstellige Gewinne pro Jahr, dann fragst du dich wahrscheinlich, hey, wie kann ich noch mehr Steuern optimieren und wie kann ich auch noch mehr privates Vermögen aufbauen. In diesem Video werden wir uns anschauen, was ist eine Holdingstruktur, ab wann ergibt eine Holdingstruktur Sinn und vor allem, was sind die Vorteile, einerseits die Steuervorteile, aber auch die anderen Vorteile, die so eine Holdingstruktur mit sich bringt. Einfach Achtung, das ist wirklich nur für diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen gedacht, die auch schon etwas erfolgreicher sind. Es ergibt noch nicht so viel Sinn, dass wenn du jetzt gerade anfängst oder noch nicht so viel Umsatz und Gewinn machst, eine Holdingstruktur zu bauen. Also wir legen mal direkt los mit dem Video. Also zuerst mal die Frage, was ist überhaupt eine Holdinggesellschaft? Früher war das so, dass es einen sogenannten Holdingstatus gab, das heißt, es gab einen ganz speziellen Status, den man anmelden konnte bei den Steuerverwaltungen, der nannte sich eben Holdinggesellschaft. Dieser Holdingstatus, den gab es damals und da war das dann so, dass unter gewissen Voraussetzungen, zum Beispiel zwei Drittel des Umsatzes und zwei Drittel des Vermögens sozusagen in Anführungsstrichen in der Firma mussten aus Beteiligung sein und dann hatte man ein Privileg, dass es eben gar keine Besteuerung gab in dieser Holdinggesellschaft. Dieses Holdingprivileg ist am 01.01.2020 weggefallen und jetzt fragst du dich vielleicht auch so, ja, gibt das dann jetzt immer noch Sinn, eine Holdinggesellschaft zu haben? Und die Antwort ist definitiv ja, weil wenn du eine Holdingstruktur baust, ja, also eine Mutter-Tochter-Struktur, kann man das so sagen, dann hast du immer noch einen Großteil der Steuervorteile, insbesondere wenn du über diese Holdinggesellschaft oder diese Muttergesellschaft nur Beteiligung hältst und nicht noch operative Umsätze machst, okay? Das heißt, wenn du diese Situation hast, hat sich praktisch gar nicht viel verändert und die Steuersituation ist wirklich fast gleich, zumindest wenn es um die Gewinnsteuer geht. Das heißt, du hast immer noch alle Vorteile, die du hier genießen kannst von Holdingstrukturen. Eine Holding ist eigentlich praktisch einfach eine Kapitalgesellschaft, also sprich eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder eine Genossenschaft und so weiter. Und diese Kapitalgesellschaft, die tust du einfach in der Struktur über deine operativen Gesellschaften drüber sozusagen, ja, also es ist eine Muttergesellschaft, die über den Tochterfirmen drüber ist und es ist aber praktisch wirklich eine ganz normale Firma und du musst auch nicht irgendwie speziell mit der Steuerverwaltung jetzt irgendwas klären, das war eben früher so, sondern es ist einfach wichtig, dass du den richtigen Firmenzweck einträgst. Und zwar zuerst mal nenne ich die Holdinggesellschaft auch eigentlich deine private Bank. Es ist so, dass du in der Holdinggesellschaft, also in dieser Muttergesellschaft, da kannst du alle die Gewinne aus deinen Tochtergesellschaften hineinverschieben sozusagen, ja, und du bündelst das Geld in der Holdinggesellschaft und damit kannst du dann neue Gesellschaften gründen oder du kannst eben auch dieses Geld verleihen an deine Tochtergesellschaften. Das kannst du natürlich auch verzinslich machen, das heißt, du kannst auch dafür einen Darlehenszins nehmen, wenn du jetzt zum Beispiel dann dieses Geld verleihst an eine von deinen Tochtergesellschaften. Ein zweiter sehr großer Vorteil ist, dass wenn du dieses Geld bündelst in deiner Holdinggesellschaft oder in deiner Muttergesellschaft, dann ist das abgeschirmt von deinen Tochtergesellschaften, also das heißt, wenn du das oben hältst, das Geld und alles nach oben schiebst und wenn jetzt zum Beispiel eine von deinen Tochtergesellschaften Konkurs gehen sollte, beziehungsweise liquidiert würde, dann ist das komplett abgeschirmt von der Holdinggesellschaft und es ist nicht so, dass deine Holdinggesellschaft dann sozusagen dieses Geld wieder hergeben muss. Also dieses Geld ist sozusagen geschützt, es gibt eine sogenannte Haftungsbeschränkung in dem Sinne, wenn du eine Holdinggesellschaft oder eine Holdingstruktur baust. Gleichzeitig gibt es auch noch eine Abschirmungsfunktion im Sinne von, wenn du mehrere Gesellschaften hast, also mehrere operative Firmen unter deiner Holdinggesellschaft, dann kannst du viel einfacher gewisse Leistungen zwischen diesen Firmen verrechnen oder Dinge verkaufen von einer Firma in eine andere, ohne dass du sofort Steuerprobleme bekommst, weil je mehr Firmen du hast, insbesondere wenn die Firmen in deinem privaten Vermögen drin sind, also wenn du die selber besitzt, mit deinen privaten Mitteln gekauft hast, dann ist das so, dass wenn du dann unter diesen Firmen dann gewisse Transaktionen machst, dann müssen die immer dem Drittvergleich standhalten. Das bedeutet, es kann zu extrem unangenehmen steuerlichen Konsequenzen führen, wenn du einfach so zwischen deinen Firmen irgendwelche Sachen verrechnest oder verkaufst oder hin und her schiebst und das kann dann praktisch immer durch dein privates Einkommen gehen, dass dann dort eine sogenannte Geldwerteleistung aufgerechnet wird, also das bedeutet, dir wird in deinem privaten Einkommen entsprechend Einkommen aufgerechnet, sodass deine private Steuersituation sich wesentlich verschlechtern kann und das kann wirklich sehr böse Überraschungen geben. Im aller schlimmsten Fall kommt da auch noch 35% Verrechnungssteuer drauf, also das kann sehr böse enden und wenn du so eine Holdingstruktur hast, kannst du unter den Firmen, unter den Tochtergesellschaften viel einfacher hin und her wirtschaften. Jetzt kommen wir aber zu meinem Lieblingsthema, was die Holdinggesellschaft angeht und zwar jetzt reden wir über die Steuervorteile und leider erzählen auch nicht so viele andere Treuhänder so gut über diese Steuervorteile oder erklären das leider nicht so klar, deswegen wollte ich unbedingt dieses Video rausbringen und ich werde das auch hier mit einem kleinen Rechenbeispiel veranschaulichen. Also wir gehen mal ganz kurz ans iPad und schauen uns die Situation an. Vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung, also wir haben hier gesehen, dass eine Holdinggesellschaft ist praktisch eigentlich eine Firma, die über eine operative Firma drüber gestülpt wird sozusagen, ja, also die Holdinggesellschaft besitzt, die Firma darunter besitzt die Tochtergesellschaft, ja, also wir nennen das hier unten Tochtergesellschaft oder Tochterfirma, beziehungsweise das nennen wir auch die operative Firma, ja, also dort wird das operative Geschäft durchgeführt, also sprich das Geschäft, wo du wirklich mit Kunden zu tun hast, wo du Umsatz generierst und auf der anderen Seite haben wir hier die Muttergesellschaft, beziehungsweise Holding, genau und diese besitzt entsprechend die Tochtergesellschaft. Natürlich kannst du auch verschiedene operativen Firmen haben, die kannst du dann wiederum hier unter der Holding besitzen, zum Beispiel, ja, und ist es dann so, dass du besitzt dann diese Holdinggesellschaft, also die Holding ist hier zum Beispiel zu 100% in deinem Privatvermögen, man kann auch mit mehreren Personen gleichzeitig eine Holdinggesellschaft besitzen, aber das ist eigentlich so die Grundstruktur. Jetzt werden wir uns die Steuervorteile mal ganz genau anschauen. Wir werden jetzt vor allem erstmal vielleicht die Variante anschauen, dass wir eine normale Struktur haben, ja, wir vergleichen das vielleicht auch nochmal ganz kurz. Da ist das so, dass du hier eine operative Firma besitzt und du besitzt diese eben direkt privat, okay? Sagen wir mal, das ist eine GmbH und jetzt ist das so, dass wenn du aus dieser GmbH, wenn du in diese GmbH große Gewinne schreibst, dann willst du ja diese Gewinne eventuell irgendwann auch einsetzen, um weiteres Vermögen aufzubauen. Logischerweise brauchst du natürlich auch gewisses Geld zum Leben, aber ich sage mal so, wenn du dann deinen Lebensstandard gedeckt hast, den du decken willst, dann willst du ja den Rest zum Beispiel investieren in Vermögen und nehmen wir jetzt mal an, du würdest dieses Geld ausschütten an dich privat, dann entsteht das folgende Problem. Also du hast grundsätzlich zwei Grundmöglichkeiten, das Geld auszuschütten. Das ist entweder über Lohn oder über Dividende, also Dividende ist Gewinnausschüttung und sagen wir mal, du schütterst das Ganze als Lohn aus, dann ist das so, dass von diesem Lohn, sagen wir mal hier, du hast 100.000 zur Verfügung, dann ist es so, dass du von diesem Lohn erstmal Sozialversicherungsbeiträge bezahlen musst. Je nachdem, wie alt du bist, je nachdem, wie viel Geld in die Pensionskasse eingezahlt wird, können das locker mal 20 bis 30 Prozent sein, wenn man die Arbeitnehmerbeiträge, aber auch die Arbeitgeberbeiträge zusammenzählt, weil die muss man ja beide zahlen, wenn man hier in eine GmbH angestellt ist und da verlierst du schon mal rund 20 bis 30 Prozent. Ich mache jetzt mal hier das Beispiel mit 30 Prozent. Das heißt, hier bleiben dir noch 70.000 übrig und was dann passiert ist, dass hier in deinem privaten Einkommen werden dann diese 70.000 auch nochmal besteuert. Also je nachdem, wie viel Gesamteinkommen du hast, dann können das hier locker auch mal irgendwo, sagen wir mal, zwischen 20 bis 35 Prozent sein, die ja auch nochmal als Einkommenssteuer abgezogen werden. Also das heißt, in diesem Szenario ist es so, dass du rund die Hälfte einfach mal so verlierst, indem du das Geld dann ausschüttest ins Private. Das bedeutet, diese Variante klingt nicht so sexy, wenn ich das so sagen darf, weil du kannst dann nur noch mit der Hälfte des Vermögens investieren. Jetzt schauen wir uns ganz kurz die zweite Variante an und zwar werden wir uns jetzt die Variante anschauen, wenn du, ich mache jetzt wieder genau die gleiche Situation, du besitzt einfach direkt eine GmbH ohne Holdinggesellschaft und die zweite Variante ist jetzt eben, dass du hier eine Dividende ausschüttest. Dann ist das so, dass du da zwar keine Sozialabgaben zahlen musst, da drauf, aber das Problem ist, dass die Dividende hier in der operativen Firma oder in deiner Firma besteuert wird mit der Gewinnsteuer einerseits und gleichzeitig hier im privaten Einkommen auch nochmal besteuert wird in deinem privaten Einkommen. Das bedeutet hier auf Firmenebene, sagen wir mal, wir haben hier 10 bis 24 Prozent rund Gewinnsteuer. Und es ist so, dass hier in der Regel erfolgt eine Besteuerung nur zu 70 Prozent im privaten Einkommen, damit man nicht so eine starke Doppelbelastung hat. Aber das können immerhin hier Beträge sein, auch im Bereich, keine Ahnung, 14 bis 20 Prozent, ganz grob gerechnet. Das heißt, wir können eigentlich allgemein sagen, bei einer Dividendenausschüttung hast du eben das Problem der Doppelbelastung und du kannst auch hier sagen, dass du ungefähr ein Drittel auch verlierst. Das heißt, du hast nur noch zwei Drittel übrig, um zu investieren. Und der Vorteil jetzt von der Holdingstruktur ist, dass du diese Probleme umgehen kannst. Vielleicht nur noch eine ganz kleine Anmerkung zur Dividende. Ich meine, das klingt jetzt besser mit der Dividende, dass du dann mehr übrig hast. Aber du musst natürlich immer bedenken, dass auch mit der Variante Lohn zum Beispiel, dass du dann auch mehr in die Pensionskasse einzahlst und da wiederum ein Guthaben hast. Also wir haben auch hierzu noch Videos in unserem YouTube-Kanal auch noch zur Frage Lohn oder Dividende. Genau, aber wir gehen jetzt zur Variante mit der Holdinggesellschaft. Und zwar haben wir gesehen, dass wir hier bei der Holdinggesellschaft haben wir hier die Holding oben. Du besitzt diese Holding und diese Holding ist jetzt zum Beispiel zu 100% beteiligt an der operativen Gesellschaft. Okay, ich schreibe jetzt hier nochmal hin, Holding und Operative. Dann ist das jetzt so, dass du, wenn du Gewinne erwirtschaftest, wir machen genau dasselbe Beispiel, wir haben hier wieder 100.000 und du willst jetzt diese 100.000 Franken ausschütteln an die Holding, dann ist das so, dass hier in der operativen Firma fällt wieder die Gewinnsteuer von rund 12-24% an. Das hängt natürlich davon ab, in welchem Kanton du dich befindest. Das heißt, du verlierst hier, sagen wir mal, ich rechne mal mit 20.000, oder? Dann hast du hier noch 80.000 übrig. Also in diesem Falle sind das jetzt 80%. Und diese 80% kannst du praktisch steuerfrei in die Holding verschieben. Das heißt, du hast jetzt hier in der Holdinggesellschaft 80.000 Franken, mit denen du investieren kannst. Und damit kannst du jetzt zum Beispiel Immobilien einkaufen oder du kannst zum Beispiel Kryptowährungen einkaufen oder du kannst zum Beispiel auch andere Unternehmen einkaufen. Und das kannst du jetzt entsprechend mit einem deutlich höheren Betrag. Und der richtig schöne Vorteil entsteht, wenn du jetzt natürlich im Vergleich zur Variante Lohn, da haben wir gesagt, okay, da haben wir ungefähr die Hälfte übrig. Hier haben wir etwa 80% übrig. Also das heißt, du hast eigentlich 30% mehr zur Verfügung oder sagen wir mal rund ein Drittel hast du mehr zur Verfügung, jetzt im Vergleich zur Variante Lohn, dass du mehr investieren kannst in Investments. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ich rede hier öfters gerne mal von einem exponentiellen Vermögensaufbau, weil wenn du jedes Jahr ein Drittel mehr investieren kannst in Vermögenswerte, dann kannst du dir vorstellen, dass dieses Geld, was du jetzt hier im ersten Jahr investiert hast, hier ist dann das zweite Jahr und so weiter, das Geld, was du im ersten Jahr investiert hast, das arbeitet ja schon für dich. Das hat hoffentlich auch eine entsprechende Rendite, die dir das generiert. Und je nachdem, wie groß diese Rendite ist, bringt dich das dann in ein exponentielles Vermögenswachstum, wenn du jedes Jahr ein Drittel davon in die Holding stecken kannst, weil das Geld arbeitet dann wieder für dich. Und wenn du hier einen lang genügend Zeithorizont nimmst, von fünf oder zehn Jahren oder sogar noch mehr, dann kann es wirklich einen Unterschied machen, ob du jetzt eine Million Vermögen hast oder zehn Millionen. Also das kann wirklich einen massiven Unterschied machen. Jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz darüber, wie gründet man eigentlich so eine Holding-Gesellschaft oder welches Vorgehen wählt man dort am besten. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, wie du so eine Holding-Struktur aufbauen kannst. Die erste Variante ist, bevor du überhaupt deine operative Gesellschaft gegründet hast, gründest du zuerst eine Holding-Gesellschaft und mit dieser Holding-Gesellschaft gründest du dann deine Tochtergesellschaft. Auf diese Art und Weise ist das alles schon von vornherein sauber geregelt. Du musst auch keine Abklärung machen mit der Steuerverwaltung und du musst auch hier nicht irgendwelche spezielle Beratung oder sowas noch extra dazunehmen, um diese Holding-Struktur zu bauen, sondern du kannst es einfach so gründen. Der Nachteil ist einfach, dass du dadurch drei bis vier Wochen länger warten musst, bis diese gesamte Firmenstruktur existiert. Also wenn du jetzt das dringlich hast und dringend deine Firmen aufbauen willst, dann kann das ein wesentlicher Nachteil sein, weil du musst ungefähr drei bis vier Wochen rechnen, bis dann erstmal die Holding-Gesellschaft gegründet ist und dann musst du nochmal drei bis vier Wochen warten, bis dann auch noch die operative Gesellschaft gegründet ist. Also es kann bis zu zwei Monaten dauern, bis du dann wirklich loslegen kannst mit der operativen Firma und damit Geschäfte machen kannst. Also das ist hier ein Nachteil und der Vorteil ist eben, dass es super sauber dann von vornherein strukturiert ist. Die zweite Variante ist, dass du die Holding-Gesellschaft nachträglich gründest. Und da gibt es auch viele Varianten, wie du das dann später machen kannst. Leider werden dort immer wieder Fehler gemacht, sodass es für dich sehr, sehr teuer sein wird, wenn du diese Firma in diese Holding-Gesellschaft einbringst. Was auch passieren kann, ist, dass die Steuerverwaltung hier Probleme macht und dir gewisse Sachen aufrechnet. Je nachdem kann es sehr, sehr heikel sein, wenn du früher mal zum Beispiel eine Einzelfirma hattest, die du in eine GmbH umgewandelt hast zum Beispiel und diese bringst du dann in die Holding ein. Das kann problematisch sein. Oder wenn du zum Beispiel mehrere beteiligte Personen hast, die an dieser operativen Gesellschaft beteiligt sind oder eben je nachdem, wie du das Ganze strukturieren willst, wenn du auch mehrere Leute hast, die in der Holding beteiligt sind und so weiter, dann ist es extrem ratsam, hier das Ganze vorab zu klären mit der Steuerverwaltung und das sauber zu strukturieren. Lass dich da auf jeden Fall unbedingt beraten, wenn du so eine Holding-Struktur bauen willst. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich für dich und ich hoffe, du hast jetzt mehr Sicherheit in dem Thema Holding-Gesellschaft und verstehst auch, in welchen Fällen das überhaupt Sinn ergibt. Ich hoffe, du verstehst auch die Vorteile jetzt und auch diese ganzen Steueroptimierungssachen. Übrigens, wenn du mehr von solchem Content sehen willst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und klicke die Glocke, damit du jederzeit informiert bist, wenn wir neue Videos rausbringen. Natürlich würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde uns sehr helfen, dass auch andere Leute dieses Video filmen, die eventuell hier unbedingt Hilfe bei der Strukturierung einer Holding-Gesellschaft benötigen. Also viel Erfolg und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.